Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zu einem endlich mal wieder neuen Reisevideo. Wir haben heute eine Story vor uns, auf die ich mich unfassbar gefreut habe und ich bin froh, jetzt endlich wieder loslegen zu können. Wir haben das Crossover aus der The Power of Shazam Reihe mit Starman, beziehungsweise ist es gefühlt eher eine Starman-Story und dementsprechend hatte ich diese Hefte auch richtig bei mir eingeordnet innerhalb der 90er Jahre Starman-Volume. Wir haben die Ausgaben 39 und 40 zu Starman sowie die 35 und 36 zu The Power of Shazam. Die Reihenfolge ist ziemlich simpel, Starman, Shazam, Starman, Shazam. Da kann wenig schief gehen. Ich hatte große Ehrfurcht, bevor ich mich rangewagt habe an diese Geschichte. Jetzt nicht, weil ich was super krasses, geiles Story-wise erwartet habe, sondern weil ich weiß, dass Starman ein absolutes Hidden Gem, wenn nicht sogar das Hidden Gem der 90er Jahre bei DC ist. Eine Reihe, die sehr, sehr hoch im Kurs steht, jetzt nicht preislich, aber von den Rezensionen, von den Meinungen, die man von den Leuten mitbekommt. Das hier ist eine Reihe mit Prestige. Dementsprechend hätte ich natürlich gern mit der 0 bzw. 1 angefangen. Es ist nämlich auch derselbe Autor über die kompletten 80 Hefte. Also James Robinson, das hier ist seine Leidenschaft, das hier ist sein Baby und das bedeutet dann schon was. Dementsprechend ist es klar, dass das hier wohl seinem Ruf gerecht wird. Auch ab der 1 vertreten ist der Zeichner Tony Harris, den wir hier ebenfalls in den Ausgaben haben. Der ist aber nicht bis ganz zum Schluss mit dabei. Aber auch Tony Harris passt wie Faust aufs Auge, nicht nur auf die Story, die erzählt wird, sondern auch zu dem Charakter, zu dem Vibe, der vermittelt wird und zu dem ganzen Umfeld, was uns hier gegeben wird. An Shazam haben wir weiterhin dran Jerry Ortway sowie Peter Krause und Dick Giordano, die sich dann um die Zeichnung kümmern. Ich habe euch oft genug vermittelt in dieser Reise und ich denke, das kam auch wirklich ehrlich und echt drüber, wie viel Spaß mir die Shazam-Hefte machen, dass die aber durchaus ihre Fehler haben und die sind stellenweise auch gar nicht mal so klein. Erst in diesem Crossover wird dann aber richtig deutlich, wie viel besser eine Starman-Reihe ist und wie eine Shazam-Reihe dann dagegen abstinkt. Auch hier würde ich nicht sagen, dass das eine schlechte Reihe ist zu diesem Zeitpunkt in diesem Crossover. Es ist eine durchschnittliche Reihe, die Spaß macht und wenn du dagegen aber eine wirklich absolut hochwertige Starman-Reihe stellst, dann steht The Power of Shazam halt total in dem Schatten von Starman und wird hier in diesem Crossover total übermannt durch die beiden Starman-Hefte. Damit will ich jetzt gar nicht auf die Shazam-Hefte draufhauen, sondern es schafft bei mir eher eine neue Faszination und eine Anerkennung für das, was hier an Starman gemacht wurde und das Interesse, was sowieso schon da war, an der Volume, die ich ja auch komplett hier in meinem Regal stehen habe. Also das ist jetzt grenzenlos angewachsen. Das muss so unfassbar gut sein. Wenn ich hier schon mitten in der 80-teiligen Story, also so wirklich mittig bei der 3940, einsteige und du merkst, ja, da ist vorher wohl viel passiert und ja, da wird auch auf etwas danach hingearbeitet. Es funktioniert aber in diesem Crossover und alles drumherum ist so unfassbar interessant und besonders dieser Charakter, Jack Knight, der trägt diese Geschichte und auch der ist so echt und nahbar geschrieben. Das hatte ich so lange nicht mehr das Gefühl. Das ist das Gefühl, was ein Booster Gold vermittelt hat. Das ist das Gefühl, was ein Captain Britain von Alan Moore vermittelt hat. Das sind Charaktere, die sind nahbar, die haben ihre Fehler, die scheuen sich auch nicht, ihre Fehler zu zeigen und da kann man sich als Leser so richtig reinleben. Da ist keine Distanz da. Manchmal funktionieren auch distanzierte Charaktere, aber ein Jack Knight macht es einem so leicht, in diese Reihe reinzukommen, obwohl diese hochkomplex ist und darauf kommen wir jetzt zu sprechen, weil das ist ja sowieso ohnehin DCs große Stärke, die hier sofort ab der ersten Seite zum Tragen kommt und das ist großartig. Ich habe die erste Seite von Starman gelesen und dachte mir, das wird fantastisch und ich wurde nicht enttäuscht. Ich hatte mir vorher natürlich kaum Gedanken gemacht, was es mit dieser Crossover-Geschichte auf sich haben könnte. Ja, ich wusste, Nationalsozialismus wird wieder ein Thema und darauf habe ich im Grunde keinen Bock. Diese Thematiken nerven mich. Wenn ich da schon wieder einen Captain Nazi sehe, habe ich da eigentlich direkt keinen Bock drauf. Hier wird das sehr sensibel behandelt. Es steht nicht im Vordergrund. Es ist nur Mittel zum Zweck. Es ist nicht so trashy thematisiert wie in der The Power of Shazam Volume vorher, da waren ja die Nazis auch öfter mal Thema. Ich will nicht sagen, dass das hier mit Samthandschuhen angefasst wird, das Thema, aber es wird sehr dosiert eingesetzt und es passt total in den Kontext, weil hier nicht unbedingt unsere Haupthelden dieser Reihen im Vordergrund stehen. Ja, die sind dabei und die nehmen auch einen wichtigen Platz ein. Damit meine ich Billy als Captain Marvel oder auch Jack Knight als Starman. Aber wir gehen zurück zu den Golden Age Charakteren, die ja zumindest eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Bei der The Power of Shazam Reise hatten wir schon immer die Fawcett City Heroes aus dem Golden Age, wie Bullet Man, wie Minute Man. Und dann haben wir bei Starman natürlich auch einen Golden Age Starman, der der Vater von Jack Knight, Ted Knight ist. Wir bauen hier also total wieder auf das Generationsthema, was DC so unfassbar gut drauf hat in den 80er, 90er Jahren und verbinden das aber mit der Historie, die jetzt hier wieder erweitert wird, weil diese Golden Age Helden müssten sich ja eigentlich kennen, wenn sie aus dem selben Verlagshaus gekommen wären. Da Captain Marvel bzw. Shazam aber jetzt erst nachträglich integriert wird, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass diese Golden Age Charaktere sich irgendwo annähern, heißt Starman und Bullet Man. Ich habe natürlich nicht erwartet, dass Bullet Man hier eigentlich die Hauptfigur ist in dieser Geschichte. Ich dachte, unser Billy trifft irgendwie auf den 90er Jahre Starman und jetzt ist gut, die erleben irgendwas zusammen. Es geht viel, viel tiefer. Es wird nun also im Nachhinein die Koexistenz dieser Golden Age Helden erklärt. Dass sie sich eigentlich nie über den Weg gelaufen sind. Wie auch, sie gehörten ja zwei verschiedenen Verlagshäusern. Ich finde das beeindruckend, dass es wirklich auf der ersten Seite direkt so durchkommt. Und Ted Knight dann aber berichtet, bloß einmal, da haben wir uns getroffen. Und das ist der neue Anknüpfpunkt, den man schafft, um eine gemeinsame Historie aufzubauen. Das ist unfassbar smart gelöst, weil du auf den ersten Seiten dieser Starman Ausgabe 39 direkt so viel mit auf den Weg bekommst. Du hast sehr viel zur Starman-Dynastie, wo man direkt merkt, oh man, da gibt es mehr als nur einen Starman. Das ist eine ganze Verkettung von Star-Männern, die es ja auch mittlerweile noch ausgebreiteter gibt. Aber hier weißt du schon, in dieser Starman-Volume, besonders wenn man die auch davor und danach so ein bisschen verfolgt, dann weiß man, da sind so viele Sternenmänner am Start. Und das kommt hier sehr, sehr gut raus. Also besonders, wenn man sich dann so ein bisschen in die Recherche begibt, das ist sehr, sehr interessant, wie da die Zusammenhänge sind. Und natürlich ist das Potenzial da endlos groß, besonders wenn ich so einen Soap-Faktor bedenke und das die Charakterisierung, die man für Jack Knight als eigentlichen Hauptcharakter der Reihe bekommt, enorm passend. Weil der ist menschlich 1A. Der hat flotte Sprüche, der ist cool drauf, der nimmt nicht alles ganz so ernst, aber der hat das Herz am rechten Fleck und der weiß, was Familie und Zusammenhalt bedeutet, auch wenn er das vielleicht nicht sein ganzes Leben verkörpert hat. Das ist ganz stark auf persönlicher Ebene hier. Jetzt, wo ich die Starman-Hefte schon so krass lobe, muss ich auch nochmal The Power of Shazam ein paar Credits geben und auch Jerry Ortway, weil es in der Vergangenheit eine Ausgabe gab, die sich für mich etwas deplatziert angefühlt hat, wo man zuletzt ja auch öfter die Forced Publication Golden Age Heroes thematisiert hatte. in einer Ausgabe, wo Billy sich als Captain Marvel an die Tochter von Bullet Man rangemacht hat und Bullet Man ihn einfach mal entführt. Das kam für mich sehr deplatziert und out of character rüber, was Bullet Man betrifft. Nun kenne ich Bullet Man auch nicht so gut, es war aber, denke ich mal, nur der Aufbau für diese Geschichte. Deswegen wirkte das zwar etwas, ich sag mal, unbeholfen, wie diese Geschichte damals losgelöst auf mich rüberkam, Es macht aber total Sinn, wenn man diese Fährte erstmal legt und dann hier wirklich auf den Kern dieses Problems, dieses emotionalen Ausbuches von Bullet Man dann nochmal hingewiesen wird. Ich will damit sagen, auch wenn die Ausgabe erstmal ein bisschen schräg rüberkam, die hat schon Sinn gemacht, wenn Jerry Ortway einen gewissen Plan verfolgt hat und auf dieses Crossover hier hingearbeitet hat. Das hätte man sicherlich ein bisschen eleganter lösen können, aber letzten Endes macht es in dieser Kombination Sinn. James Robinson hat jetzt also die schwierige Aufgabe, Bullet Man erstmal voll in die Pfanne zu hauen und das macht er enorm gut auf den ersten Seiten. Wir bekommen eine Rückblende zum Zweiten Weltkrieg, wo Bullet Man zusammen mit Ted Knight, Starman auf Mission ist, auf geheimer Mission und wir bekommen die Gedanken von Ted Knight mit, der Bullet Man als wirklich makellosen Überflieger, als Held darstellt. Und da merken wir eigentlich schon, da gibt es eine gewisse Diskrepanz, weil er sich selber stellte als relativ schwächlich, unsicher und naiv da. Da merken wir schon, dass ein Bullet Man irgendetwas sein muss, was er selbst nicht hat. Das wird aber nur aufgebaut, damit dieser makellose Held fallen kann im nächsten Moment, denn Bullet Man wird in den Nachrichten diskreditiert und als Spion, als Kriegsüberläufer dargestellt. Es gibt belastendes Beweismaterial, das Bullet Man mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat. Unsere Aufgabe innerhalb dieser vier Hefte wird es nun also, die Unschuld des Bullet Man erstmal herauszufinden und dementsprechend dann auch publik zu machen, damit sein Ruf wieder reingewaschen wird. Und das passiert in ganz enger Zusammenarbeit von Bullet Man und Starman als seinem engsten Vertrauten. Natürlich haben wir als Leser eine gewisse Erwartungshaltung, dass wir wissen, dass der Ruf von Bullet Man durchaus wieder reingewaschen wird. Es ist allerdings nicht so, dass sofort alle Fronten geklärt sind und dass ihn alle Charaktere, die hier gefeatured werden, auch unterstützen. Ein Captain Marvel hat natürlich begründete Zweifel. Der hat Bullet Man erlebt, wie er völlig überreagiert, wie er ihn entführt hat und ja, er würde ihm zutrauen, dass er mit Nationalsozialisten früher zusammengearbeitet hat. Ein Jack Knight als Starman hält gar nichts von diesen Golden Age City Heroes. So lässt er es zumindest durchscheinen und zieht die erstmal total durch den Dreck. Erklärt er sogar noch so ein bisschen tiefer gehend, was es mit Fawcett Publications-Helden aus dem Golden Age auf sichert. Das ist noch weit darüber hinausgehend, was wir bisher in der The Power of Shazam Volume hatten, auf ungefähr zwei Seiten, die uns in Starman präsentiert werden. Auch das war sehr, sehr interessant und wird hinten raus nochmal aufgegriffen und etwas zurechtgeschoben, weil Jack Knight hat eine große Fresse, aber auch, wie gesagt, ein sehr, sehr reines Herz und meint Dinge vielleicht nicht immer so, wie er sie im ersten Moment ausspricht. Wenn er dann aber mal den wahrhaftigen Jack Knight zeigen muss in emotional aufgeladenen Gesprächen, in tief verschürfenden Gesprächen, meist mit seinem Vater, weil der ihm so nahe steht, dann sehen wir auch sehr schnell und klar, was sein eigentlicher Gedanke, seine eigentliche Einstellung zu diesen Golden Age Fawcett Publications-Helden ist. Er ist echt ein kleiner Fanboy. Das macht Jack Knight zu einem unendlich interessanten Charakter. Diese Mixtur, die da bei ihm angewandt wird, auf Charakterseite, ist fantastisch. Also, wenn wir ihn hier auch sehen, was gar nicht so viel mit dem Crossover jetzt zu tun hat, wie er bei seinem Lieblings-Tätowierer ist und mit dem einfach ein paar Seiten schnackt, was so zuletzt passiert ist, wie er zur Polizei steht, was hinten raus dann noch eine Rolle spielt in diesem Zweiteiler. Fantastisch. Wir kennen keinen dieser Charaktere, glauben Jack aber jedes Wort, das er sagt und können uns da wirklich reinfühlen. Das hat auch viel mit Tony Harris und seinen Zeichnungen zu tun. Ganz fantastisch, was da für eine Atmosphäre aufgebaut wird. Es ist super, super düster. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Hälfte jeder Seite einfach nur schwarz schattiert ist. Das drückt die Reihe natürlich in eine gewisse Richtung vom Grundton. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass Jack Knight ja ziemlich variabel ist in seiner charakterlichen Ausrichtung. Und wir haben hier zum Beispiel diese Situation bei seinem Tätowierer, wo er über beide Ohren verliebt ist. Heißt, wir haben eine komplett dunkle Seite, auf der Jack aber nur schwärmt und Liebe empfindet. Und das auch so zum Ausdruck bringt, was ganz wichtig ist. Es sind lange Liebesbekundungen, die er hier in Sprechblasen uns liefert. Das ist schön zu lesen und bildet halt einen tollen Kontrast zu den Zeichnungen, die jetzt gar nicht auf den ersten Blick so attraktiv sind, die aber komplett tragend sind. Also wirklich ganz fantastisch. Es ist eine tolle Mixtur, ein toller Gegensatz, der da geschaffen wird. Damit hatte ich so viel Freude. Nachdem das erste Hälfte voller Euphorie war, trotz der düsteren Gestaltung, merkst du, wie diese Stimmung kippt. Im zweiten Hälfte, wo er merkt, dadurch, dass er jetzt seinem Vater, Bullet Man, helfen soll und muss und auch will, dass er Trübsal bläst und auch das kommt total gut in diesem Stil. Also Tony Harris ist wirklich so passig für diese Reihe. Was für mich jetzt nicht ganz einfach war, das kann ich der Reihe aber nicht anlasten. Und vielleicht könnte man da über gut oder schlecht gealtert diskutieren. Es sind sehr, sehr viele popkulturelle Bezüge drin, die ich persönlich jetzt selten greifen konnte. Ja, der ein oder andere Name sagt mir was. Bei vielen Dingen war ich aber auch komplett raus. Ich habe jetzt auch nicht weiter recherchiert, weil es dann um irgendwelche Filme oder Songs ging, die mich jetzt nicht so interessiert haben. Aber wenn man, denke ich mal, ein paar Jährchen älter ist und besonders auch in den Staaten aufgewachsen ist, wo diese Dinge dann vielleicht auch etwas populärer waren als bei uns, dann wird man da sicherlich auch total seinen Spaß dran haben. Nachdem ich jetzt so viel geschwärmt habe, was ist eigentlich das Problem? Warum kann ein Starman, Golden Age Starman, nicht einfach sagen, Ey Leute, wir haben Alibi, ich war bei Bullet Man, als diese Aufnahme, die ihn da überführen soll als Spion, getätigt wurde. Er kann es nicht sein. Ich war dabei. Wir waren auf Mission. Warum geht das nicht? Es war eine Geheimorganisation, ausgehend von der Regierung. Sie hatten einen Auftrag, über den jetzt ein Eid gelegt wurde, Stillschweigen vereinbart wurde. Sie dürfen nicht über diese Mission reden. Oberflächlich vielleicht ein bisschen, aber nicht, was abging. Um diesen Eid nicht zu gefährden, dürfen sie darüber nicht sprechen. Dies geschah in Verbindung mit Minuteman, diesem anderen Golden Age Fawcett City Hero. Den können sie nicht erreichen. Der ist nämlich Opfer eines Attentats geworden innerhalb dieser Story hier. Das ist auch schlecht. Und dann kommt noch dazu, als drittes Problem, dass Sergeant Steel wieder auftritt, den wir auch schon ein paar Mal jetzt bei Shazam hatten, der involviert ist in diese Geheimmission und Angst um das Geheimnis hat. Dementsprechend Billy, der ja eh schon zweifelt am Bullet Man, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen aus den letzten Heften, dass er ihn darauf ansetzt, den Bullet Man zurückzuholen und dass sie ihn erstmal an der Basis von Sergeant Steel einsperren wollen. Damit er sich selbst nicht belastet, damit der andere nicht belastet. Diese drückende Atmosphäre, dieses Bedrohliche, was in der Geschichte steckt, perfekt mit diesen Gräueltaten der 40er Jahre kombiniert, kann The Power of Shazam dann leider nicht halten, weil der Grundton allein von den Zeichnungen sehr hell und freundlich ist. Das ist eine Serie, die durchaus witzig angelehnt ist an den meisten Stellen und dafür ist dieses Crossover nicht wirklich gemacht. Das heißt, dir wird schon eine Menge von der Atmosphäre genommen. Gehst du dann aus diesem Heft wieder in das zweite Starman-Heft, bist du wieder voll drin, wenn Starman und Captain Marvel da aufeinandertreffen. Richtig, richtig geil, weil da auch die ganze Umgebung wieder düster ist. Es sieht gewittrig aus, du fühlst dich nicht wohl und du weißt, da liegt Stress in der Luft. Bei The Power of Shazam denkst du immer, die gehen gleich zusammen Blümchen pflücken und da kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren. Es handelt sich um ein großes Missverständnis. Also die Diskrepanz der beiden Reihen ist hier ziemlich groß, deswegen ist es auch so ungewöhnlich, dass man diese beiden Reihen zusammengebracht hat. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass ich das für einen überragenden Einfall halte, weil man eine gute Idee hat. Es ist auch gar nicht so verkehrt, hier wird unterschwellig Antisemitismus erstmal thematisiert, auf den ersten Seiten, wird dann aber nicht mehr aufgegriffen, hätte man durchaus tun können, wenn man sowieso in einer nationalsozialistischen Geschichte hier drin steckt. Heißt, wir haben diesen Antisemitismus kurz in der Jetzt-Zeit behandelt, also in den damaligen 90er Jahren und nicht zurückgehend in die 40er. Es wird ein uns unbekannter Charakter aus dem Gefängnis entlassen, Eduard Laszlo, mit dem wir überhaupt nichts anfangen können, der aber total abgefeiert wird von der Nazi-Community, wo sich später herausstellt, dass er für Propagandafilmchen von den Nazis genutzt wurde, weil er die Fähigkeit hat, sein Aussehen zu verwandeln. Und an diesem Punkt habe ich mir gedacht, das war eine große Fehlentscheidung, dieses Detail über den Charakter jetzt schon zu offenbaren. Ich hätte mich deutlich wohler damit gefühlt, dass man ihn einfach entlassen hätte und das war's. Nichts zu ihm gesagt, der wäre sowieso wieder aufgetaucht. Und hätten ihn die Nazis mitgenommen, auch in Ordnung. Aber sofort zu sagen, dass er so eine Art Gestaltwandler ist, das hat leider den kompletten Plot verraten, was noch folgen soll. Dieses Crossover ist wirklich zu großen Teilen echt richtig gut und die Starman-Hefte sind über jeden Zweifel erhaben, die sind überragend. Aber bei den Shazam-Heften werden Fehler gemacht und auch in der Nummer 36 gibt es dann zum Abschluss große Fehler, weil du könntest diesen Eduard Laszlo nutzen, der hier einem Sinneswandel unterlegen hat. Im Gefängnis hat er Reue gelernt und er will die Nazis nicht mehr unterstützen, auch wenn die ihn direkt abgeholt haben, Lob preisen und total feiern. Ja, ihm wird dann eine Knarre in die Hand gedrückt und er soll Bullet Man bei der großen Auflösung erschießen. Das macht er aber nicht. Und ganz ehrlich, das hätte ich anders gelöst. Ich hätte ihm mindestens mal einen imaginären Schulterklopfer gegeben beziehungsweise hätte ihm vielleicht sogar ein paar nette Worte mitgegeben, weil Menschen sind wandelbar. Menschen machen Fehler und Menschen können auch daraus lernen. Und das sieht man an diesem Eduard Laszlo hier sehr, sehr gut. Ja, der hat sehr viel Scheiße fabriziert in den 40er Jahren, war aber damals auch schon dazu gezwungen, in diesem Propagandafilmchen aufgrund seiner Fähigkeiten mitzuspielen. Also das war jetzt nicht unbedingt sein Anliegen, dass er das unbedingt vertreten hat. Und was passiert mit einem Charakter, der sich aktiv distanziert und das auch nach außen hinträgt und verkörpert? Er wird erschossen von einem anderen Nazi. Das ist für mich die komplett falsche Richtung, die komplett falsche Botschaft. Und ich glaube, das ermutigt Leute nicht unbedingt, die ähnlich fühlen, die sich ähnlich distanzieren wollen von ehemalig getätigten Fehlern und von Gruppen, die jetzt immer noch bestehen. Seien es Nazis oder andere Gruppierungen, ist scheißegal. Ich glaube, das ist eine Konsequenz, die nicht unbedingt ermutigt, da aus diesem Schatten rauszutreten. Und leider sind diese Fehler, dass man den Plot einfach ein bisschen vorwegnimmt und auch diese falsche Botschaft, die am Ende vermittelt wird, beide in der The Power of Shazam-Serie getätigt wurden. Also in beiden Fällen hat Jerry Ordway wieder nicht die optimale Lösung gewählt, meiner Meinung nach. Da ist James Robinson durchaus besser hier durch das Event gekommen. Dadurch, dass wir diesen zeitlichen Ablauf haben, dass das erste Starman-Heft und das erste Shazam-Heft denselben Zeitraum abdecken, haben wir das erste Aufeinandertreffen, auch erst in Ausgabe 3. Und auch da finde ich wieder die Einstellung von Jack Knight sehr, sehr interessant. Der komplett weiß, dass er unterlegen ist. Er hat es hier mit einem Gott zu tun. So sagt er das. Da sieht man schon, wie klein er sich selber sieht in diesem Vergleich Captain Marvel-Starman. Und er sollte auch recht behalten. Er ist einfach nur dazu da, Zeit rauszuholen, die Bulletman und Starman ermöglicht, die Unschuld zu beweisen, bevor Billy ihn captchern könnte, ihn mitnehmen könnte und dann wieder zu Sergeant Steel ausliefern würde. Es geht hier um ein Zurückbringen, was für mich aber eher ein Ausliefern gewesen wäre. Also ich glaube, da kann man in dem Wort schon noch ein bisschen was deuten. Und schon sind wir auch wieder bei Jack Knight. Also ich komme nicht von diesem Charakter runter, weil er so beeindruckend ist. Er zeigt hier auch, was für eine Menschenkenntnis und was für eine Intuition er hat. Er hört Billy natürlich zu in seiner Captain Marvel-Form und merkt, boah, das ist so ein starker Held. Das ist für mich ein Gott. Er hat das wortwörtlich so gesagt. Ich liebe es, wie er wirklich sein Herz auf der Zunge trägt. Und er merkt aber auch dafür, dass er eigentlich ein Superman ist. Es spricht er ganz schön merkwürdig. Er benutzt so einen gewissen Slang und Wörter umgangssprachlich, die jetzt nicht unbedingt einem Held oder auch nur einem Erwachsenen gerecht werden. Und damit liegt er ja auch ziemlich richtig. Während dieser super schwierigen Mission gegen einen Superman in Captain Marvel hier Zeit zu stimmen, Zeit rauszuholen, besinnt er sich auf Lektionen, die ihm sein Vater, der alte Starman, mitgegeben hat. Es kam mir so vor, ich weiß, die Volume läuft hier schon 40 Hefte, aber als wäre das Kräftepotenzial von Starman hier nochmal um ein Vielfaches gestiegen, weil er sich an Lektionen aus der Vergangenheit erinnert. Es sind immer wieder Bruchstücker Flashbacks, die uns hier geliefert werden, die uns diese wunderschöne Vater-Sohn-Beziehung verdeutlichen. Es wurde hier nicht an dieser Stelle thematisiert, was mit seiner Mutter ist und anscheinend hat er mit seinem oder zu seinem Vater auch noch nicht so lange ein so gutes Verhältnis. Das schimmerte hier auch so ein bisschen durch. Es ist der unendliche Stolz des Vaters auf seinen Sohn, sowie aber auch andersrum eine ernsthafte, ehrliche Dankbarkeit an und zu seinem Vater. Und das wird hier wunderwunderschön eingefangen. Wenn du diese ehrlichen Charaktere hast und du siehst auch, woher Jack Knight seine Art dieses Ehrliche hat. Das ganze Outfit von Jack Knight, das schreit doch auch schon so ein bisschen nach Rebellion und einem neuen Zeitgeist und natürlich klingt das in den Dialogen auch durch. Und nach außen hin zeigt Jack Knight auch ein gewisses Desinteresse an den Dingen, die sein gealterter Golden Age Vater da rausposaunt und trotzdem hört er zu und merkt sich diese Dinge. Und sein Vater weiß das auch, dass er nur so tut, als würde er sich für nichts interessieren. Dass er durchaus weiß, worauf es ankommt und dass er in den richtigen Situationen auch richtig handelt. Und dass er mit dieser Art dann auch Leute in seinen Bann ziehen kann, das wird klar, wenn wir die Auflösung aus diesem Zusammentreffen Captain Marvel, Starman dann geliefert bekommen. Auch hier mit der Polizei, wo wir am Anfang der Starman Story noch damit zu tun haben, wie steht er zur Polizei. Eigentlich will er sich selber distanzieren. Irgendwo sind das aber auch Leute, die ihm nahestehen. Und er weiß es selber nicht. Er kann da irgendwie nicht offen zustehen, aber eigentlich merken wir, die Leute bedeuten ihm was. Sonst würde er nicht so viel über diese Menschen reden. Und das zahlt sich aus. Sie beschützen ihn vor Billy. Und das klingt komisch, jemanden vor Billy beschützen zu müssen, aber Billy ist sich nicht ganz klar, wie er den Auftrag von Sergeant Steel zu deuten hat. Und irgendwie ist Billy schon der Schurke in dieser Geschichte, weswegen er dann auch ganz verdutzt vor dieser Masse an Polizisten steht. But I'm the hero. Was dann auch dazu führt, und das ist tatsächlich ein ganz gelungener Übertrag von der zweiten Starman-Ausgabe in die zweite Sam-Ausgabe, dass Billy zumindest kurzzeitig sein Heldendasein hinterfragt. Und das hilft natürlich dann auch ganz gut, wenn Mary ihm nochmal den Kopf wäscht und sagt, ey, guck mal, ich hab nochmal ein bisschen recherchiert, es kann nicht Bulletman gewesen sein, der da zu den Nazis übergelaufen ist. Es muss einen anderen Grund haben. Billy war hier schon so ein bisschen fehlgeleitet, aber das sieht er natürlich nicht, was auch für seine kindliche Naivität irgendwo spricht, und diese Widerspiegel. Und da ist wirklich diese Starman-Ausgabe absolutes Gold für. Wir kennen keinen dieser Polizisten-Charakter, zumindest ich nicht zu diesem Zeitpunkt. Und du hast es so gefühlt, wie diese normalen Menschen sich vor Billy auftürmen und sagen, stopp, du lässt unseren Starman in Ruhe. Also das ist auch ein Commitment von der Polizei zu Jack Knight, was ich so nicht erwartet hätte in dieser Geschichte. Am Ende wird dann auch noch aufgelöst, was es mit dieser Geheimsion auf sich hatte. Und auch da, finde ich, hat man leider den falschen Ansatz gewählt. Ich hätte mir irgendwas Bodenständiges gewünscht, aber man bedient sich einer Bedrohung aus dem All und ich glaube, auch das ist auf Jerry Altways Mist gewachsen. Wir haben irgend so ein Kolosswesen, ein Alien, was hier in Alaska gelandet ist, was die beiden halt untersuchen sollten. Sollte keiner mitbekommen von den Bürgern, von der sonstigen Bevölkerung. Und dann kommt Abin Sur auch noch in die Geschichte rein und zieht da Mr. Mind aus diesem Koloss raus. Das muss eine Jerry Altway-Idee gewesen sein. Ich wollte keinen Kosmik-Quatsch, der hier auch total unbegründet ist, in dieser Geschichte drin haben. Ich denke, das war so der dritte Fehler von Jerry Altway innerhalb dieses Crossovers. Das war gar nicht nötig. Das hätte alles sein können, diese Geheimmissionen. Aber warum denn da eine kosmische Bedrohung im weitesten Sinne einbauen und dann noch Abin Sur, der dann halt die Gedächtnisse kurzzeitig löscht wie bei Man in Black und dann erinnern die sich sowieso an nichts. Also sie hätten gar nichts rausposaunen können. Das ist so ein bisschen die Pointe hinten raus. Die ist okay, aber ich war dann doch zu verwirrt, warum man jetzt diese Lösung über Abin Sur, eine Green Lantern und Mr. Mind gewählt hat. Also das hätte ich ganz anders gelöst. Das sorgt aber zumindest für einen Cliffhanger in der Shazam-Serie, denn dieser Koloss, den haben jetzt wohl die Nazis irgendwie für ihre Zwecke missbraucht und zumindest sehen wir auf dem letzten Panel wie der Bruder von Captain Nazi mit diesem Koloss da rumhantiert. Also es werden nochmal Nazis, gar keinen Bock drauf eigentlich, aber gut. Leute, Leute, was bin ich jetzt heiß auf dieses Starman-Heft, dieses Starman-Volume. Also das hier hat mal gezeigt, wie stark eine Serie zu dieser Zeit wirklich sein kann. Shazam hat viele Fehler wieder gemacht, viele größere Schnitzer diesmal auch und trotzdem im Verbund mit diesen Mega-Heften ist das ein gutes Crossover. Das will ich gar nicht abstreiten, aber Shazam, besonders Jerry Ordway muss jetzt aufpassen, dass es nicht kippt. Also wow, richtig, richtig geil die Starman-Hefte und insgesamt hat es mir mega Spaß gemacht. Die Fehler wiegen nicht so schwer für mich persönlich in meinen Emotionen jetzt, von daher müsst ihr da wahrscheinlich ein bisschen objektiver rangehen, als ich es euch jetzt hier präsentiere, aber merkt euch Starman, ohne Scheiß. Das war Comic-In, bis zum nächsten Mal, haut rein!